Das neue Vorklärgerät Bitron Eco von Oase ist ein echter Meilenstein der UVC-Technik. Es schützt mit geballter UVC-Power vor Algen und Keimen im Gartenteich. Mit 120, 180 oder sogar 240 Watt UVC-Leistung sorgt es kraftvoll für kristallklares, gesundes Wasser. Dabei setzt der neue Bitron Eco völlig neue Maßstäbe beim Energiesparen. Die Wachstumsbedingungen für Algen und Keime verändern sich stark im Jahresverlauf. Die Photosyntheseaktivität der Algen hängt dabei wesentlich von der Wassertemperatur ab. Einfache UVC-Geräte bestrahlen das ganze Jahr hindurch mit unverminderter Leistung. Der Bitron Eco folgt dem natürlichen Jahresverlauf. Mit seiner bedarfsgerechten Automatiksteuerung setzt er genau die Energie ein, die zum jeweiligen Zeitpunkt benötigt wird. Durch diese Steuerungstechnik verringert der Bitron Eco die Energiekosten um bis zu 50%. Das bedeutet, sie erzielen ein maximales Ergebnis, sparen gleichzeitig Energie und damit bares Geld. Und außerdem schont sie die Umwelt. Obendrein sparen sie bei den Leuchtmitteln. Die neu entwickelte 60 Watt Eco-Lampe sichert die Leistungsfähigkeit bis zu 12.000 Stunden lang. Das bedeutet eine um 50% gesteigerte Lebenserwartung. Die leichte Handhabung des neuen Bitron Eco ist eine weitere seiner großen Stärken. Sie können den Bitron Eco einerseits direkt am Teichrand aufstellen. Andererseits lässt er sich auch problemlos in andere Systeme integrieren und dabei sogar senkrecht einsetzen. Das UVC-Vorklärgerät ist nicht nur äußerst flexibel bei seiner Installation. Über sein klar gegliedertes Display lässt es sich auch leicht individuell anpassen. Wann das Leuchtmittel ausgewechselt werden muss, zeigt Ihnen der Betriebsstundenzähler punktgenau an. Der Lampenwechsel geht nun ganz einfach und ohne Quarzglas-Demontage. Eine weitere große Stärke des Bitron Eco ist seine vollendete Effizienz. Seine Bestrahlungsintensität und Durchflussleistung machen ihn zu einem der effizientesten UVC-Klärer seiner Klasse. Die vollautomatische Bypass-Regulierung sorgt stets für die ideale Kombination aus Durchflussleistung und Bestrahlungsleistung. Das großvolumige Gehäuse gewährt eine lange Wasserverweilzeit und die volle Ausnutzung der Bestrahlungsleistung. In allen UVC-Geräten trennt ein Glaszylinder das Wasser von den UVC-Strahlern. Durch seine Position ist er ständig Schmutz ausgesetzt. Der patentierte Reinigungsrotor befreit das Glas kontinuierlich von Verschmutzungen und sorgt so für eine nahezu verlustfreie Bestrahlung. Zusätzlich wird das Wasser durch die Verwirbelung noch effizienter entkeimt. So überzeugt der neue UVC-Klärer Bitron Eco mit einer in seiner Klasse herausragenden Entkeimungsleistung. Das Ergebnis kann sich sehen und vor allem genießen lassen. Ein Gartenteich mit kristallklarem Wasser und kerngesunden Bewohnern. Bitron Eco. Klar. Smart. Effizient. Bitron Eco. 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 Vielen Dank.